Hallo Leute, wir sind jetzt hier am roten Teppich, sozusagen, von der Premiere von dem Film Logan. Es ist schweinekalt, es regnet ein wenig, aber wir haben einen echt guten Platz erwischt. Ich hoffe, wir fangen für euch ein paar coole Impressionen ein und ja, seid gespannt. So langsam geht es hier jetzt rund, es fahren Autos ein, man weiß aber nicht so genau, wer es ist, aber die ganzen Gäste sind schon reingegangen so langsam und man kann es nur erahnen, wer es ist, aber hauptsächlich vielleicht, es scheint jemand zu sein, den man kennen sollte. Wer ist das? So, jetzt ist soweit alles. Es ist so kalt, es ist vorbei, die Stars sind jetzt vorbeigelaufen, an uns leider wirklich, in wahrsten Sinne des Wortes, vorbeigelaufen. Also wir haben sie nicht erreichen können, aber nichtsdestotrotz war es eine super Atmosphäre hier, es war Ausnahmezustand. Man sieht ihn auch noch hinter uns so, gibt noch ein paar Interviews. Und ja, hat es so ganz geklappt, wie wir wollten, aber es war eine super Erfahrung und jetzt reicht es auch.